Ja, find ich auch. Ab, wir in die Stadt gehen heute. Ja, ich muss nur Marc mal kurz fragen, ob wir was vorhaben. Warte mal kurz. Schatz? Soll ich Nein sagen? Ja, natürlich Nein. Sieht das aus wie ein Ja? Okay, Nein, geht nicht. Lauter. Sie hört es nicht. Okay. Nein, Schatz, du kannst heute auf gar keinen Fall in die Stadt. Wir wollten heute noch essen gehen. Wir wollten noch Eis essen. Dann wollten wir neue Ausfetts aussuchen, weil ich brauche eine neue Sweatschutjacke. Und du hast mir versprochen, du hältst mich beim Ausstatten. Und dazu wollten wir heute Abend noch ins Kino gehen. Das hast du natürlich wieder vergessen, weil dir ist das alles... Ich glaube, das wird heute nichts. Wir hatten das schon so lange geplant. Gut. Ja, ein nächstes Mal auf jeden Fall.